I feel like dancing, I feel like dancing, I'll bring to the beat of your heart. Hey, so gut, schön bist du da heute Sonntagmorgen. Ich freue mich riesig, den letzten Sonntag vor unserem genialen Osterwochenende, der ja vor uns steht, hier mit euch zusammen zu verbringen. Hier vor Ort, online, in den Heidenstuben, egal von wo du reinschauen kannst. So cool können wir zusammen in diese spannende Frage eingehen. Wie kann ich schuldfrei leben? Und das Foto mit diesem Hemd hat einiges ausgelöst. Das hat sogar den Kriegel aktiv gemacht auf Telegram. Jan, Jan hat gefordert, dass ich im Anzug preachen soll. Ich habe gedacht, ich tue euch das nicht an. Ich hätte schon zu Hause. Du traust dich eh nicht. Auf die Fahrt, dann mache ich es genau nicht. Genau. Hey, wie können wir schuldfrei leben? Und das ist so eine spannende Frage. Gerade bei uns, da in der Schweiz, da haben wir ja so viele Gesetze. Mega viele Gesetze. Und die einen Gesetze, der Marcel lacht immer, als einer, innen gibt es eh andere Gesetze. Aber es gibt wirklich ein paar ganz absurde Gesetze. Hast du gewusst, dass du beim Velofahren, wenn du den Lenker loslässt, Tobi, machst du dich strafbar und zahlst 20 St. Buess? Wir sind zusammen aufgewachsen und sind sehr viel Velofahren gefahren. Da weiss ich, Tobi, er kann das. Aber du darfst eigentlich nicht. Hast du gewusst, dass wenn du am Abend, zwischen dem Abend am 10. und dem Morgen am 7. Jetzt musst du hören, Jan. Deine Autotüren, den Kofferraum oder die Motorhube laut zuknallst, machst du dich schuldig, machst du dich strafbar. Das ist nicht erlebt. Am Sonntagabend nach Moving Night, nach der Abendscelebration, darfst du nicht. Du musst leise liegen. Und jetzt, Kunz, hast du gewusst, im Kanton Appenzell ist es sogar verboten, nackt zu wandern. Nein? Nein, da hätte ich keinen Namen bringen wollen, aber der ist mir jetzt gerade gekommen. Nein, das ist ja nur im Appenzell so. Ich weiss nicht, wieso im Kanton Graubünden das nicht verboten ist. Aber ich hoffe, das machen wir nicht. Ich habe letztens auch ein Erlebnis gehabt, wo ich eine Busse zahlen musste. Und die hat mich richtig, richtig hart genervt. Weil das ist in meinen Augen auch so ein hart absurdes Gesetz, das dort zum Tragen gekommen ist. Und zwar bin ich in Zürich, bin ich Bus gefahren. Darum jetzt in Wallenstadt haben wir keinen Bus mehr. Oder er fährt nur noch zwei Stunden. Ich miede den, spätestens in diesem Erlebnis. Vielleicht kennst du das App SBB, ZPVV. Kannst einsteigen, kannst einchecken. Wenn du ansteigst, kannst du wieder auschecken. Und dann hast du dein Billett. Mega simpel. Ich habe das in Zürich genutzt. Und ich bin eines Mittags, habe ich mit einem Kollegen zum Mittagessen. Und habe mich zu Fuss auf den Weg gemacht. Und dann laufe ich so an einer Bushaltestelle her. Und sehe, jetzt kommt gerade der Bus. Und ich dachte, ja super, komm. Die zwei Stationen, den nehme ich. Und während dem Einstieg nehme ich so das Handy raus, durch die App auf, durch die E-Check, sitze hin, tiptop, mega simpel, oder? Ich sitze dort, der Bus fährt ab, kommt der Kontrolleur. Könnte ich ihr das Ticket sehen? Ich sage, ja logisch. Ich habe meine App aufgemacht, ihm gezeigt, er hat das gehandelt, der Kurs geht, wo der da drauf ist. Er sagt, das Ticket ist nicht gültig. Und ich so, wieso soll das nicht gültig sein? Er sagt, ja, sie haben zwei Sekunden, nachdem der Bus abgefahren ist, haben sie erst eingecheckt. Und ich habe ihn angeschaut, hat sie, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Der ist dort gehockt, in Zivil, ich habe ihn nicht erkannt beim Einsteigen. Und ich bin vor ihm durchgelaufen, der hat gesehen, dass ich während dem Einsteigen eingecheckt habe. Und nicht erst, er hat es ganz genau gesehen. Und er hat gefunden, nein, das gilt nicht, du kommst jetzt der Bus rüber. Und ich habe 90 Std. Bus gezahlt, für zwei Stationen, 900 Meter Busfahrt, mit einem gültigen Ticket in meinen Augen. Genau, der arme Konjunktur hat dann nicht sehr viele göttliche Worte aus meinem Mund zu hören bekommen. Ja, da muss ich dazu stehen, da habe ich dann wirklich... Genau. Manchmal kommen Sachen raus, die man nicht will. Genau, dort ist es so, bei den Gesetzen, eben, da kriegst du die Busse über, 90 Std., wenn es dumm läuft, für zwei Stationen. Du kannst die Busse zahlen und deine Schuld ist begleichen. Wenn wir aber heute über die Frage reden, schuldfrei, wie können wir ein Leben leben, lebevoll schuldfrei? Ich glaube, dann geht es nicht in erster Linie nur um die Gesetze, die wir hier in der Schweiz haben. Ja, ich glaube, es ist gut, sich an diese zu halten, aber ich glaube, bei Gott geht es noch um viel mehr. Es geht um etwas Größeres, worin er uns berufen hat. Und wir leben hier auf dieser Erde, auf einer gefallenen Schöpfung, wo es uns nicht möglich ist, von uns aus frei von dieser Schuld zu leben. Jetzt die Frage ist ja, was ist denn überhaupt Schuld? Was bedeutet denn überhaupt die Schuld, wo man frei sein soll davon? Ich weiss nicht, was du für einen Bezug hast zu Schuld. Vielleicht sagt dir das gerne zu viel, ich will Schuldgefühle haben, vielleicht kennst du das nicht so. Wir leben heute nicht mehr so in dieser klassischen Schuldkultur, wo man sich immer der Schuld so bewusst ist. Es hat sich auch in unserer Gesellschaft eine Schamkultur entwickelt, wo sich das vielleicht eher in Scham äussert. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir oft hören, ja, wenn es für mich stimmt, dann wird das schon richtig sein. Vielleicht hast du es auch schon gehört. Ja, mein Bauchgefühl sagt, dass das gut ist, dann wird das schon gut und richtig sein. Aber wenn wir im biblischen Kontext das anschauen, geht es eben darum, die Bibel spricht von Sünden. Sünden ist Zielverfehlung, das, was Gott denkt über unser Leben, wenn wir unser Ziel verfehlen. Und ich glaube, es geht sogar so weit, Schuld bedeutet, dass wir vor Gott unvollkommene Menschen sind, auf dieser gefallenen Schöpfung. Ganz konkret kann das heissen, dass wir Misstrauen haben gegenüber Gott. Die Pläne, die er vielleicht hat über unserem Leben. Dass wir Böses oder Ungöttliches uns am Leben zulassen. Vielleicht machen wir das sogar bewusst, aber vielleicht auch unbewusst. Vielleicht merken wir es nicht einmal. Das könnte Sücht sein. Oder wie es der Paulus sagt, deine eigenen Begierden oder unsere eigenen Verlangen. Wir lesen das im Römer 6. Euer unvergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Und ich glaube, gerade wenn wir jetzt die völlig noch unvollkommene Auflistung, die ich jetzt gebracht habe, wenn du das so hörst, Ich glaube, fast jeder da drin, mir ist es zumindest so gegangen, merkt irgendwo, hey ja, aus mir heraus ist es nicht möglich, das vollkommener Mensch sein zu leben. Und jetzt kommt die gute Botschaft, in der Woche feiern wir Ostern. Und Ostern ist so entscheidend in dieser Frage. Und wir haben die letzten Sündung, haben wir schon ein bisschen gehört, dass es bei Ostern nicht so fest um den Osterhass und Ostereier suchen geht, sondern um viel mehr, um etwas Größeres. Wir feiern es, dass Jesus Christus auf diese Welt kam. Er ist gestorben und drei Tage später ist er auch verstanden. Und ich habe das so in der Vorbereitung, ist mir das so durch den Kopf, hey, wir feiern so ein gewaltiges Ereignis. Dann ist er so gedacht, eigentlich ist es ja schon noch ein bisschen Straub. Wir feiern, dass ein Mensch gestorben ist, auf ziemlich grausame Art und Weise. Ich weiss nicht, je nachdem, was wir für einen Background haben, für eine Geschichte und das schon kennen wir, Jesus kann das mega Straub sein. Jesus ist Mensch geworden und wir feiern, dass er gestorben ist. Aber es geht eben nicht nur einfach darum, dass ein Mensch einfach gestorben ist und das feiern wir, sondern es geht eben darum, was der Tod von Jesus alles mit sich bringt. Gott, der Schöpfer, der Vater, hat seinen einzigen Sohn auf die Welt geschickt. Und Jesus ist gestorben für deine Schuld und für meine Schuld. Wenn wir die Bibel von Anfang an lesen, wenn wir ganz zurückgehen, dann sehen wir in dieser ganzen Menschheitsgeschichte, hat es immer nur einen Preis gegeben, um Schuld zu begleichen. Und das war nicht 90 Franken Buss, sondern es war immer das Vergiessen von Blut durch den Tod, von einem Tier oder eben auch von einem Menschen. Und im Alten Testament lesen wir den alten Bund, wo Gott ganz klare Opfergaben definiert, wo sie darbringen mussten, wo Tiere sterben mussten, das Blut mussten vergossen werden, um die Schuld zu begleichen. Und heute leben wir unter diesem neuen Bund. Jesus hat das Feiermal Osteren, hat mit seinem Leben gezahlt, hat sein Blut vergossen, dass wir frei sein können von Schuld. Was für eine gute Botschaft. Wir lesen in Markus 10, 45, da sagt Jesus selber, Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Also Jesus ist nicht gekommen, in erster Linie, dass Menschen ihm dient haben. Er ist gekommen, in erster Linie, um uns Menschen zu dienen und das Lösegeld zu zahlen, die Buss zu zahlen, die wir eigentlich verdient hätten für unsere Schuld. Er hat das Lösegeld gezahlt für viele. Und darum ist das Osterereignis so entscheidend für uns. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir ein Leben leben frei von Schuld, dann gibt es eine einfache Antwort, und die ist nur durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz können wir fräsen von dieser Schuld. Wir lesen im Römer 5, 1, Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Im Römer 3, 24-25, Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesünd wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Sind das nicht unglaubliche Versen, die wir da lesen in dem Römerbrief? Es ist ein Geschenk aus reiner Gnade, aus Liebe von Gott. Und Gnade bedeutet, wir haben es uns nicht verdient. Gnade ist etwas, das wir bekommen, ohne dass wir es verdient haben. Es ist ein Geschenk, das wir einfach annehmen dürfen. Wir sind von Gott gerecht gesprochen. Wir sind freigesprochen von jeglicher Schuld. Wir können Frieden haben mit Gott. Das Einzige, was wir machen dürfen, ist das Geschenk annehmen. Und glauben, dass Jesus der einzige Weg ist, zum frei werden von jeglicher Schuld. Und das annehmen, das Geschenk von Gott. Ich muss mich heute Morgen enttäuschen, wenn du denkst, dass du dir das selber erarbeiten kannst. Und etwas tue ich für das. Wir können nicht mit Taten unsere Schuld begleichen, unsere Rettung erarbeiten. Die Frage ist, kann das sein, dass die Botschaft, die Antwort auf die Frage, so einfach ist? Nur durch Jesus Christus ist es ein Geschenk, das wir annehmen müssen. Eigentlich so eine simple Botschaft. Und der Paulus sagt, wenn er auch über das Evangelium redet, Galater 1, heisst, liebe Freunde, ich versichere euch, dass die Botschaft von der Erlösung, die andere Übersetzung, vom Evangelium, das ist die Botschaft von der Erlösung, die ich verkünde, nicht auf menschlicher Vernunft oder Logik beruht. Ja, mit unserer Vernunft, mit unserer Logik, macht das vielleicht nicht so viel Sinn. Kann es sogar sein, dass uns die Einfachheit manchmal im Weg steht, um das Geschenk anzunehmen. Die Einfachheit, dass ein Mensch an diesem Kreuz gestorben ist, sein Leben gegeben hat, die Schuld einer ganzen Menschheit trägt. Gerade heute, wo ich denke, sind wir in so einer intellektuellen Gesellschaft, in allem hinein, ist unser Ziel, Sachen so gut wie möglich zu verstehen, das zu checken, mit unserem Verstand, unserer Logik, das können zu erklären, falls es vielleicht manchmal noch schwieriger, die Botschaft, die nicht mit unserer Vernunft und unserer Logik erklärbar ist, zu verstehen und anzunehmen. Das ist ja nie in unserem Leben so. Wenn ich will, dass meine Ehe besser wird, dann muss ich etwas tun, ich muss in meine Ehe investieren. Das kostet einen Preis. Und manchmal ist der Preis hoch. Manchmal ist es ein bisschen weniger, aber es kostet immer wieder etwas, zu investieren, etwas zu leisten. Aber das ist das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus. Da geht es nicht darum, etwas zu leisten, sondern es ist ein Geschenk aus reiner Gnade, das Jesus bezahlt hat für jeden. Für dich. Du da bist im Livestream, zu Hause. Jesus hat zahlt für deine Schuld. Punkt. Wir lesen im Galater 3, Vers 1 bis 4, Oh, ihr unverständigen Galater! Zum Glück redet er da nutzer, der Galater. Wer hat euch so durcheinander gebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet, als ich euch Jesus Christus den Gedeutigten vor Augen malte. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es als eigene Kraft zu vollenden? Ihr habt so viel durch die gute Botschaft erfahren. Solltet das etwas vergeblich gewesen sein? Wollt ihr das alles jetzt wegwerfen? Ich glaube, auch wir müssen manchmal aufpassen, dass wir dieser einfachen Botschaft nicht etwas hinzufügen. Ich wünsche mich immer wieder selber, wie schnell wir dort drin sind. Ja, jetzt habe ich wieder eine Woche nicht so viel Bibel gelesen, wie es vielleicht gut gewesen wäre. Jetzt habe ich die Stimme von Gott vielleicht gehört, aber habe den Rat trotzdem nicht befolgt, bei den anderen weggegangen. Und so schnell fangen wir an, mir geht es zumindest so, dieser einfachen Botschaft etwas hinzuzufügen. Römer 3,23 lesen wir, denn alle Menschen haben gesündigt, also wir alle Menschen sind vor Gott unvollkommen und haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Schaut, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir alle brauchen Hilfe. Die Frage ist, sehen wir das ein, dass wir Hilfe brauchen? Ist es nicht manchmal so viel einfacher zu sehen, was ich gerade alles Gutes gemacht habe, wie ich grosszügig war beim Nachbarn gegenüber, wie ich am Sonntag in der Kirche wieder gedient habe? Und vielleicht sehe ich dann sogar noch den anderen, meinen Nachbarn, der es vielleicht wieder mal verkackt hat und nicht auf die Reihe gebracht hat. Ist das manchmal nicht so viel einfacher, wie selber eingestehen, dass ich es nicht auf die Reihe bringe? Dass ich darauf angewiesen bin, auf das Geschenk. Und es spielt in dieser Frage keine Rolle, wie dein Leben aussieht. Ob du vielleicht ein gutes Leben lebst oder nicht ein gutes Leben lebst. Ich sage nicht, du sollst nicht schauen, ein gutes Leben zu leben. Das ist schon gut. Aber in dieser Frage ist es so nicht entscheidend. Es geht darum, sehen wir, dass wir auf die Hilfe angewiesen sind, dass wir unvollkommen sind. Und das Geschenk von Gott, von Jesus Christus, von dem er uns bereit hat, bereit sind anzunehmen. Ich finde es so eindrücklich, am Ende des Lebens von Jesus, am Kreuz, die Geschichte mit dem Verbrecher, das zeigt es für mich so eindrücklich. Und das lesen wir in Lukas 23. Dort sagt der eine Verbrecher, wir haben durch unser Vergehen den Tod verdient. Aber dieser Mann, also Jesus, der zwischen denen gehangt ist, am Kreuz, hat nichts Unrechtes getan. Dann sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und schau, der Mann am Kreuz, der Verbrecher, der hat nicht noch Zeit, als sein Leben aufzuräumen im Fall. Das war 5 vor 12. Und Jesus hat auch nicht noch mit ihm ein Get-Free-Day gemacht. Er hat auch nicht noch geschaut, was hast du denn alles verbrochen? Ist es vielleicht gerecht oder nicht, dass du jetzt da am Kreuz hangst? Es ist ihm nur darum gegangen, dass der Verbrecher in dem Moment gecheckt hat, hey, Jesus ist der Sohn Gottes und wird in einem anderen Reich sein, wie er das verdient hat. Und das Erkennen und Ahnen hat gelangt, dass Jesus gesagt hat, na, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich finde das so eindrücklich, wie Jesus das in seinen letzten Stunden uns aufzeigt. Seine letzten drei Worte waren, es ist vollbracht. Es ist gemacht. Für dich und für mich. Vielleicht kennst du die Momente, wo die Anklage kommt, wo das wieder hinterfragt, deine Logik, dein Verstand reinkommt und das wieder hinterfragt. Ja, reicht das wirklich? Vielleicht so schnell verwische ich mich, mich selber zu verurteilen, anzuklagen. Und ich kann dir heute sagen, das kommt nicht von Jesus. Das kommt nicht von unserem Gott, der dir auf dem Weg ein bisschen Druck machen möchte und sagt, hey, solltest du wieder mal ein bisschen hinschauen. Anklage kommt nur vom Teufel. Er ist der, der Tag und Nacht daran interessiert ist, uns anzuklagen. Uns die einfache Botschaft verkomplizieren. Dass wir an dem zweifeln, das ist sein Ziel. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dass wir uns dieser Botschaft immer wieder bewusst werden. Dass wir uns immer wieder dem bewusst machen, dass Jesus zahlt hat für alles, für jedes Vergehen in meinem Leben. Darum feiern wir Ostern. Ich glaube, manchmal tut es uns gut wie einmal im Jahr, uns das bewusst zu machen. Ich glaube, immer wieder, Tag für Tag, brauchen wir das. und ich habe schon Menschen in meinem Umfeld gehabt, die zu mir gekommen sind, die sagten, hey, ja, so gut, diese Botschaft, Jesus hat zahlt für alles. Jetzt spielt es ja nicht einmal mehr eine Rolle, wie ich mein Leben lebe, weil er hat ja schon gezahlt. Spielt es keine Rolle mehr, wenn ich meinen Chef anlüge, oder meinen Nachbarn beklaue, oder Sex habe mit wem und wo ich will. Also wo ist, glaube ich, egal, aber mit wem. Steuern hinterziehen, I don't know. Und ja, du kannst so denken, du kannst so leben. Ich glaube, es ändert nichts an der Tatsache, dass Jesus zahlt hat für dich. Aber ich glaube, wenn das unsere Einstellung ist, haben wir etwas Essentielles vom Evangelium nicht ganz verstanden. Wir lesen im 1. Korinther 6,12. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ja, du kannst die Einstellung so leben und ich glaube, es ändert nichts an der Tatsache, dass Jesus für die Schuld zahlt hat. Definitiv nicht. Aber ich glaube, Jesus, Gott hat so viel mehr bereit für uns. Gott wünscht sich nicht nur die Freiheit, dass wir mal Ewigkeit bei ihm dürfen haben. Ja, das ist das Ziel und das ist das Wertvollste, das wir können haben. Aber Jesus hat schon ein Stück Freiheit auf dieser Erde für uns bereit. Und wir dürfen lernen und uns immer wieder immer mehr die Freiheit hineinbegeben. Und wenn ich die Bibel lese, finde ich es so spannend zu sehen, wie viele Ratschläge wir in dem Wort Gottes in den Händen für unser Leben. Und das macht Gott im Fall nicht, weil er ein Spielverderber sein will und es dir ein bisschen schwierig zu machen, die einfache Botschaft anzunehmen und zu verstehen. Sondern er wünscht sich, dass wir das Leben auf dieser Erde schon in Freiheit leben können. Das Leben in Freiheit ist so viel schöner als das Leben in Gefangenschaft. Und lass uns schon jetzt uns nach dem ausstrecken und das immer wieder annehmen und die Sachen bei Jesus am Kreuz zu platzieren. Weil er hat es getrennt. Und weil Jesus an diesem Kreuz gestorben ist, ist etwas anderes für mich so grossartiges passiert. Und zwar der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Und du musst wissen, im Tempel der Vorhang, der hat den Tempel abgetrennt vom Allerheiligsten. Und das Allerheiligste, das war der Ort, wo Gott drin gewohnt hat. Und es ist niemandem erlaubt gewesen, in das Allerheiligste reinzutreten, weil als unvollkommener Mensch ist es nicht möglich gewesen, in dieser Gegenwart von Gottes zu überleben. Die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit ist so gross. Einmal im Jahr durften hohe Priester in das Allerheiligste reinzugehen, um in die Gegenwart Gottes zu retten und Buss für das ganze Volk. Du musst wissen, das war nicht einfach so ein Vorhang, wie hier, ein bisschen verhindert hat, dass ein bisschen zu viel Licht reinkommt. Das war wirklich so ein massiv, massiv grosser Vorhang. Ich habe gelesen, dass man davon ausgeht, dass er etwa 18 Meter hoch war. Und jetzt kommt es 10 cm dick. Ich weiss nicht, ob du schon mal so einen Vorhang gesehen hast, aber ich glaube, der war gerade noch ein bisschen massiv, um die Abtrennung zu machen. Und der Vorhang ist in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, verrissen. Wir lesen das in Matthäus 27, 50 bis 53. Da schrie Jesus noch einmal und starb. in diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde bebte, Felsen zerbarsten, Gräber öffneten sich und die Leiber vieler gotteswüchtiger Männer und Frauen, die schon längst verstorben waren, wurden von den Toten auferweckt. Also, wo der Vorhang zerrissen ist, ist so eine Kraft rausgekommen, dass Felsen zerbarscht sind. Du musst dir das mal vorstellen. Und Gott ist in dem Moment ausgezogen aus dem Allerheiligsten. Und wieso ist das so entscheidend, dass der Vorhang verrissen ist? Gott ist nicht mehr in dem Allerheiligsten, er ist rausgekommen und durch den Tod von Jesus Christus, der Start vom Neuen Bund, ermöglichen dir und mir direkten Zugang zu unserem Gott. Egal, wo du bist, wir dürfen jederzeit Gemeinschaft haben mit dem Gott. Wir dürfen in die Herrlichkeit reintreten, weil Jesus zahlt hat und wir vor Gott nicht mehr unvollkommene Menschen sind, wenn wir das Geschenk von Jesus Christus am Kreuz annehmen. Halleluja! Wenn du das Geschenk angenommen hast, dann lebt Gott in Form vom Heiligen Geist in dir. Gott hat Wohnung genommen in dir und in mir. Und wir können ungehindert Gemeinschaft haben mit ihm. Und er spricht zu uns, wir können seine Stimme hören. Wie gewaltig ist das? Lass uns dem Ereignis immer wieder bewusst werden, der Einfachheit von dem Evangelium, dass Jesus zahlt hat, wenn es darum geht, wir können frei von Schuld leben. Dass wir uns immer wieder bewusst sind, es geht nur durch Jesus Christus. Das Geschenk, wir dürfen annehmen. Und ich möchte zum Schluss, möchte ich, dass wir zusammen das Abendmahl feiern. Ich hoffe, du hast zu Hause das auch ready gemacht. Wir haben das da hinten für uns bereit. weil das Abendmahl ist genau das, wo wir uns bewusst machen, was Jesus am Kreuz getan hat für dich, für dich ganz persönlich. Und wir lesen das in Matthäus 26, wo Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern betrachten. Während sie aßen, nahm Jesus ein Leib Brot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Also wenn wir das Brot nehmen beim Abendmahl und brechen, dann sagt dir Jesus heute Morgen, ich habe mein Leib angegeben für dich. Ich war bereit, mein Leben zu geben, um deine Schuld zu zahlen. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Wie schon immer das Blut hat vergossen werden, um Schuld zu zahlen, hat Jesus sein Blut vergossen für dich. Und mit dem Wein oder Traubensaft oder egal, was du nimmst, um das Abendmahl nähen, das spielt nicht so eine Rolle, sollen wir uns daran erinnern, dass Jesus sein Blut vergossen hat und den Bund geschlossen hat mit uns. und der Bund ist etwas, das kein Ende hat. Er hat den Bund geschlossen mit dir persönlich, dass du frei sein von jeder Schuld und du darfst eine Ewigkeitsperspektive haben. Wie geht es weiter, wenn das Leben auf dieser Erde vorbei ist? Durch die Freiheit von unserem Vater und seinem Sohn, der sein Leben gegeben hat, darfst du eine Ewigkeitsperspektive haben, dass unser Leben weitergehen in der Herrlichkeit von dem Gott. vielleicht bist du da oder daheim im Livestream und hast das Geschenk von dieser Gnade noch nie angenommen. Du hast dich noch nie entschieden, das Geschenk anzunehmen, die Freiheit, das Jesus zahlt hat für dich. Da möchte ich dich heute einladen und dich ermutigen, den Schritt ein erstes Mal zu machen, das Geschenk anzunehmen. Ich glaube, das ist das Beste und das Wichtigste, was wir machen können. Gott wünscht sich so sehr, dass wir das Geschenk annehmen, festhalten und glauben, dass Jesus zahlt hat. Wenn du heute entscheidest, vielleicht das erste Mal das Geschenk anzunehmen, dann darfst du nachher auf mich zukommen, auf uns zukommen, wenn du dir Bibel schenken, wenn du mit dir beten, das besiegeln, wenn du online das zu Hause heute machst, mach den Schritt, du brauchst nicht die Gemeinschaft da, du kannst das zu Hause machen, aber dann schreibe uns, komm nach Sonntag vorbei, wir wollen mit dir reden, wir wollen zusammen den Weg gehen, mit Gott. Wir wollen in eine Worship-Zeit hineingehen, du darfst nachher einfach hinter gehen und dort ein Abend nehmen und mach das zu einem persönlichen Moment zwischen dir und Jesus und wir dir bewusst danken, was er gemacht hat für dich. Es ist so kraftvoll, wenn man das immer wieder macht. Jesus, wir danken dir so viel Mal für das Geschenk, das du gemacht hast für uns. Das überwältigt mich immer wieder zu sehen, was du für eine Liebe hast für uns. Wenn ich mein Leben anschauen, was ich immer wieder alles nicht auf die Reihen bringe, das spielt keine Rolle. Für dich, wenn es darum geht, mich frei zu machen von dieser Schuld, weil du hast zahlt und ich danke dir so viel mal. Und ich danke dir, hast du der Vorhang zerreissen und bist du Vater rausgekommen und dürfen wir in deine Herrlichkeit reintreten, hast du Heilig Geist Wohnung in in uns. Wir laden dich einfach ein, Heilig Geist, dass du den Raum jetzt füllst und dass wir einfach dürfen einen persönlichen Moment haben mit dir, Jesus Christus. Voller Dankbarkeit für das, was du getan hast. Und ich möchte dir Danke sagen für jede Entscheidung, die heute Morgen das erste Mal gefällt wird, das Gnadengeschenk anzunehmen. Du hast ein Platz parat.